Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Ambitions. Ja, ihr merkt schon, die Kamera ist ein bisschen anders ausgelegt. Ich habe meine ganzen Bildschirme mal ein bisschen neu organisiert und habe meine Grafikkarte wieder gereinigt. Und in dem Fall ist die Kamera jetzt ein bisschen höher auch marschiert und das Mikrofon ist jetzt ein bisschen mehr zur Seite gegangen. Der Tisch ist jetzt ein bisschen leerer, aber wir werden uns jetzt mal anschauen, wie das mit der Kombi am Ende läuft. Gut, wir haben jetzt 9 Uhr und ich sehe schon die fresh und frisch, äh, frischen Lebensmittel gehen aus. Ja, nicht schlimm, wir haben 44.000 Grad auf dem Konto. Wie schaut es eigentlich mit dir aus? Von dir, ich habe gar keine Warnungen gerade. Ich müsste aber hier vielleicht mal durchwischen. Ich muss ein bisschen mit der Musik aufpassen, weil das ist wohl teilweise auch so, dass da Musik dabei ist, die nicht so gut zu hören ist. Aber wir, ach, warte mal. Ich hatte hier noch einen Lautsprecher drin, den wollten wir, äh, ja, noch Lautsprecher, den wollten wir mitnehmen. Den da. Den wollten wir mitnehmen, weil der würde gut für unser Business funktionieren. So. Dann gehen wir mal Jules und Moor vorbei und gehen zu unserem restlichen Frischladen. Ach, schau her, jetzt die frischen Lebensmittel sind ausgangen. Heh, scheiße. Aber jetzt bringen wir erst mal die Sachen dahin. Wie gesagt, scheint hier alles ganz gut zu laufen. Müssen wir mal anschauen, wie das Ganze funktioniert am Ende. Wir sind natürlich noch nicht on Peak Efficiency, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, ich habe mir leider letzte Woche nicht wirklich die Kommentare durchlesen können. Bei mir war die Woche leider relativ stressig, dadurch, dass ich jetzt in zwei Wochen meine aktuelle Firma verlasse, wo ich arbeite. Oha, hier schaut es aus. So, den hier. Für dich, für dich. Einfach so, dass die Leute nicht mehr merken, dass das ist. Ganz frisch leben. Es tut mir leid, die Lebensmittel sind gerade ausgegangen. Wir werden uns darum kümmern, dass die wieder frische Lebensmittel hier in diesem Laden finden. Ich werde einmal kurz hier noch durchwischen mit meinem Mob. Oh, jetzt gehen die tiefgekühlten Dinge auch schon wieder aus. Jetzt kaufe ich zwei, zwei wahrscheinlich wieder oder sonst. Weil ich glaube, beide passen relativ viel rein. Aha. Ich finde keine frischen Lebensmittel. Hilfe, Mama. Ich kaufe zwei, zwei. Bin ja schon unterwegs. Ja, es gibt gleich frische Lebensmittel. Eieieie. Da braucht man, da bräuchte man wieder schon ein größtes Lager. Das wäre auch wieder so eine Sache, wo sich gleich ein kleiner Transporter wirklich lohnen würde. Wir machen jetzt mal einen Run noch mit zu Fuß. Und dann werde ich, glaube ich, wirklich mal überlegen, einen Transporter zu besorgen. Auch wenn in kurzer Zeit, denke ich mal, unser anderer Laden nicht wirklich einen Plus machen wird oder uns relativ efficient sein könnte, denke ich, könnten wir doch von dem Auto profitieren. Einnitzert. Und vor allem mit einem zweiten Laden, wenn wir noch einen Resch und Frisch zum Beispiel eröffnen wollen. Ähm. Und wir suchen in einer anderen Area. Dann sollten wir schauen, dass wir das gut hinkriegen. Ja, keine Sorge. Ihr kriegt schon eure Mittel und alles. Wir haben ja gerade 44.000 Euro gewonnen, ne? Das ist gar nicht schlecht. Ah, warte. Ich habe einen Wagen vergessen. Warte mal. Die gute alte Sackkarre. Schauen wir mal. Achso, warte mal. Teurer Schmuck ist hier. Falsche Abteilung. Oh, 42.000 Euro. Das sind natürlich sehr gute Preise gerade, ne? Boah, das ist verlockend. Aber ich habe gerade eher das Problem, dass ich frische Lebensmittel brauche. Und ein bisschen Tiefkühlkost wieder. Aber ich merke schon, ich muss eigentlich schauen, dass ich mir ein Lager anlege, wirklich. Einfach, um nicht jeden Tag fahren zu müssen, sondern mich um andere finanzielle Dinge zu holen zu können. Oder einfach, um es managen oder erweitern vom Laden. Jetzt muss ich ja dauernd wirklich loslaufen und zu schauen, dass ich, äh, einfach nur ein Lebensmittel kriege, ne? Ich natürlich jetzt nicht so effizient, wie ich es mir wünschen würde, aber jeder startet klein irgendwann. Jeder startet klein. Man muss nur Geduld und Engagement mitbringen und dann sollte das auch am Ende funktionieren. Gut. Schauen wir doch mal, was denn... Das ist für die so geil, wie die einfach die Bäume weggerendert werden. Flup weg. Gut, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir hier. Jetzt bringen wir schnell Sachen zurück. Midtown. Alles gut. Ja, das ist alles noch nicht... ...wirklich schick. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber das ändert sich in Zukunft. Ja, keine Sorge. Da sind noch zwei, ne? Von... Ah. Hallo, wir haben die Kampagne abgeschlossen. Okay. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, ich brauche was zu essen. Kann ich mir jetzt rein, dass ich selber hier was nehme? Wenn ich hier so einen Einkaufskorb nehme. Cool. Ich hätte gerne einmal frische Lebensmittel. Ich zahle nix. Äh. Essen. Und nix sagen. Jetzt sind wir wieder fit. Wischen wir nochmal vielleicht den Laden durch. Der Boden ist schon nicht so... Also hier bräuchte man schon fast, wirklich fast dauerhaft ne Putzkraft mal. Schrecklicher Kundenservice. Ja, die werden alle noch trainiert. Das ist die erste Woche. Ich hab frische Mitarbeiter. Die sind noch nicht so erfahren in diesem Business-Bereich. Deswegen hilft ja der Chef hier noch versöhlich aus, ne? Wo ist natürlich wieder diese eine Prozent? Boah, schrecklich. Hast du gerade weggeput... Boah, jetzt kommt da noch der nächste Fleck. Ja, über 99 komme ich gerade nicht. Jetzt würden wir aber trotzdem mal kurz in Bismen... Durchschnittliches Tagesankommen ist minus 1120. Boah, 13.000. Boah, 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 boah. Das ist ne Ansage. Aber volle Wäsche vorne rein. Aber volle Wäsche. So, ähm. Hier steht doch gleich auch irgendwo Verkaufsstelle. Ähm, Gebäudelimit ist 40. Aktuell können wir nur 20 nehmen, weil frische Lebensmittel halten nur 20, sondern statt 40. Ihr schafft alle 30. Getränke-Dose schafft 50, würde da über den Limit drüber. Tiefkühl, Einkaufskörbe schaffen auch nur 30. Wir bräuchten ein weiterer Register. Warum kann echt das Gebäude nur 40 schaffen? Gleichzeitig in dem Fall? Oder wie soll ich das sehen? Ja, okay. Gut, ich würde jetzt noch mal ein paar Sachen für das andere Lädchen kaufen. Beziehungsweise erstmal gucken, ob wir uns nicht schnell vielleicht doch ein Auto besorgen können. Ach Gott, ich muss endlich eine Hintergrundlampe besorgen. Das ist echt schlimm. Wenn man hier hinten sieht, wenn ich so die Hand hinhalte, seht ihr das? Und dann kommt dieser kleine Schatten auf. Das muss ich noch eliminieren. Aber in Zukunft wird es wahrscheinlich dafür nur noch Let's Plays mit Facecam geben. Fast nur noch. Hier unten ist der Autohandel gewesen. Wo ist denn hier jetzt noch eine? Ernsthaft? Da ist nichts in der Nähe. Ja, hoffentlich gibt es uns einen Scooter. Dann können wir uns schnell einen Scooter. Dann sind wir ein bisschen flotter. Ein bisschen flotter unterwegs. Das wäre doch schön. Dann müssen wir doch vielleicht mal... Ich weiß, Lager ist teuer und hin und her, aber... vielleicht doch effektiv mehr zu kaufen. Vor allem von frischen Lebensmitteln und dem ganzen Scheiß. Hier steht kein einziger Scooter. Wollt ihr mich verarschen? Komm, wir laufen gleich mal über die Straße drüber. Wir machen es so hier wie bei uns in der Gegend. Da laufen sie einfach schräg über die Straße drüber. Scheiß drauf. Da ist ein E-Scooter. Elektroroller. Stetigen. Achso, warte mal. Das ist ja jetzt wieder... Oh Gott, das ist ja wieder Steuerung. Entschuldigung, Außenweg. Wie, der hat schon zu, der Autohändler. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt hat der schon zu. Da müssen wir es halt per Hand kaufen. Achtung, verrückt auf der Straße. Warte, ich muss da rein. Au. Rein da. Der wird nicht noch offen. Dann können wir nicht hier noch ein paar wenigstens günstigen Schmuck kaufen. Auch wenn der jetzt gerade echt verlockend günstig ist. Aber ich will jetzt einfach mal schauen, dass wir mit dem günstigen auskommen. Es sind auch nur fast 20.000 immerhin am Ende. Aber es wird uns helfen, wenn wir damit shoppen gehen. Und jetzt wissen wir immerhin, dass günstiger Schmuck auch mal für 40.000 fast weggeht. Also fast 40.000. Hallo. Ähm, bedeutet... Sollen wir uns jetzt hier ein bisschen flottern. Hier sind unsere Tools in Moor. Hier hinfahren. Bedeutet... Genau, schön. So, die einzige... Das ist noch die einzige Vitrine mit günstig teurem Schmuck. Schau mal, die werden wir vielleicht die nächsten Tage dann mal aufhören. Ah, warte mal hier. Was ist denn hier noch? Papiertüten, Papiertüten. Ja, okay, dann ist es wurscht. Wir haben auf jeden Fall noch genug jetzt auf Lager davon. Gut. Dann wischen wir hier noch einmal durch, weil hier schaut es noch ein bisschen aus. Wenn wir schon da sind, dann wischen wir auch einmal durch. Der Laden schaut immerhin fast nie aus, ne? Schauen wir nochmal schnell mit der U-Bahn zum anderen Laden kontrollieren den. Dann ist es eh schon 20 Uhr wahrscheinlich. Dann gehen wir zurück in unsere schöne Wohnung und können uns noch ein, zwei Stunden zocken, so wie wir es jetzt hier machen. Und ich glaube, dann können wir uns am nächsten Tag mal anschauen, wie wir mit dem ganzen Verfahren am Ende... Aber ich glaube, dann können wir uns langsam echt meinen Bulli zulegen, weil... Wow! Ich würde doch gern mehr fahren. Ich würde auch schauen, dass wir wirklich mit der Lager und Freshwelt unsere Backbone aufbauen, wenn es so gut läuft. Ah stimmt, du bist ja im 24-7 dran. Stimmt, da war was. Wie, die Sachen sind schon wieder leer. Das ist einer der Gründe, warum ich unbedingt... Alter, die frischen Lebensmittel sind schon wieder leer. Ich hab die jetzt... Alter, war... Bis von... Äh... Google Maps... Wie lange hast du... Oh, der hat eröffnet nicht mehr. Gott, der Laden ist also fast leer. Was ist denn das jetzt hier? Das ist ein Tiefkühlkost, wenigstens gut. Wir haben heute keine frischen Lebensmittel mehr. Ja, damn it. Weil morgen müssen wir halt echt einen großen Einkauf mal für den Laden machen. Ansonsten geht das nach hinten los. Ich hoffe, dass wir mit dem 25K, die wir gerade haben, weil ich glaube, der müsste uns wenigstens den simplen Transporter leisten können. Und dann können wir mal eine Tonne an frische Lebensmittel kaufen. Weil... Der Laden schluckt. Und das... Brutal. Also ja, echt brutal. Aber ist ja auch gut, wenn er viel schluckt, bedeutet, viele Leute kaufen es ein. Und das bedeutet, unsere Profitmarge wird am Ende gut sein, wenn der Laden läuft. Gut, ich würde jetzt nicht mal schnell... Ja, ich weiß, es gibt keine frischen Lebensmittel mehr. Ich kann da leider echt gerade nicht regeln. Der Laden wird so leer gefickt heute noch. Ich sag's euch. Wir müssen was essen. Nee, das machen wir dann morgen früh. Wir schlafen mal bis 10, würde ich sagen. Und Profitmarge 5592 bedeutet, unsere Läden schlagen sich zusammen ganz gut. Teurer Schmuck ist leer, frische Lebensmittel und Tiefkühlkost. Gut, ja, das regeln wir jetzt dann gleich. Jetzt brauche ich aber nur ein Taxi. Ich bleibe mir jetzt nicht nur mehr so... Da, genau... Dich brauche ich. Genau dich. Da ist der Laden. Bitte hier entfahren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du warst der, der die hatte im Angebot, ne? So ein UMC, das ist doch... Also ich würde ja gerne den hier kaufen, ne? Damit könnte ich viel rumfahren und ich würde gleich jeden platt machen, aber... Ja, 100.000 habe ich noch nicht unbedingt auf der großen Kante. Wie schaut's mit euch aus? UMC Desert. 8.000, das geht aber echt. Was sind denn die auf der anderen Seite? Sind das dieselben? Das sind auch UMC Deserts. Oh, jetzt kommt natürlich dann die Frage auf, mit welcher Farbe wollen sie es denn haben? Ich glaube, das ist teilweise eine der schwersten Sachen zu beantworten beim Auto. Ich glaube, ich bin ja für ein Rot... Oh, ach, guck mal, ich kann... Wenigstens Live View, das habe ich schon wieder total vergessen. Ich würde so ein Rot nehmen. Kaufen. Erreiche... Uh... Irgendwas mit 250 Kunden, glaube ich, am Tag. Ich warte draußen auf dich. Superb! Bedeutet, wir können jetzt shoppen gehen und zwar in Großeinkaufsmenge. Wo ist mein Auto? Ich will mein Auto! Mein Auto! Wo ist es? Oh, da ist es. Aber Leute, ich würde sagen, das ist der perfekte Cut zu machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir unser schönes, schönes Auto das erste Mal verwenden werden. Also, bis dann. Ciao! Ciao!